Liebe Freunde der Alternative für Deutschland, liebe Kunst- und Kulturinteressierte, eine Kampagne des Vereins Die Vielen e.V. hat bundesweit Kultureinrichtungen dazu gebracht, sogenannte Erklärungen der Vielen zu unterzeichnen, worin die Verteidigung der Demokratie und der Freiheit der Kunst gegen den rechten Populismus proklamiert wird. Rechtspopulistische Gruppierungen würden Veranstaltungen stören, an einer Renationalisierung der Kultur arbeiten und einen verächtlichen Umgang mit Menschen auf der Flucht pflegen. Ihnen wird unterstellt, sie würden engagierte Kulturschaffende und Andersdenkende autoritär unterdrücken, sobald sich die Machtverhältnisse zu ihren Gunsten verändern würden. In der Dresdner Erklärung der Vielen wird auch die Alternative für Deutschland explizit als Feindbild der Vielen benannt. Weiter heißt es in der Erklärung, wir stehen auf einem Boden, von dem aus die größten Staatsverbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden. In diesem Land sei schon einmal Kunst als entartet, diffamiert und Kultur flächendeckend zu Propagandazwecken missbraucht worden. Damit unterstellen die vielen eine Verbindung zwischen der AfD und den Nationalsozialisten und deren Verbrechen. Als kulturpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion weise ich diese infame Diffamierung auch im Namen der kulturpolitischen Sprecher der AfD-Landtagsfraktionen aufs Entschiedenste zurück. Am gestrigen Montag, dem 25. März, fand ein interfraktionelles Treffen hier im Deutschen Bundestag statt und alle kulturpolitischen Sprecher der AfD waren sich einig, das Auftreten der vielen ist nicht pluralistisch und offen, sondern monolithisch und autoritär. Wenn die Ausgrenzung einer Minderheit der wenigen durch die reklamierte Mehrheit, die vielen, betrieben wird, so manifestiert sich darin keine demokratische, sondern eine in Ansätzen bereits totalitäre Gesinnung. Wer die Demokratie wirklich verteidigen will, der muss auch Minderheitenmeinungen zulassen, in den Diskurs einbeziehen und den Dialog mit deren Vertretern suchen. Die vielen wollen nach eigener Auskunft verhindern, dass die Rechtspopulisten kulturelle Veranstaltungen zu propagandistischen Zwecken missbrauchen, bleiben aber jeden Nachweis schuldig, wo dies jemals stattgefunden hätte. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Von zahlreichen deutschen Theaterbühnen herab und in diversen Kunstaktionen ist unter dem Deckmantel der Freiheit der Kunst gegen Funktionäre der AfD und dieser nahestehende Personen in den vergangenen Monaten gehetzt und agitiert worden. Ich erwähne nur das Stück 4 an der Berliner Schaubühne, den Hakenkreuzvergleich mit dem AfD-Logo am Theater Baderborn oder die sogenannten Kunstaktionen des Zentrums für politische Schönheit, wo unter anderem zur Denunziation politisch missliebiger Personen aufgerufen wurde. Regelmäßig wurden zudem Diskussionsveranstaltungen, an denen als Rechtspopulisten diffamierte Personen teilnehmen sollten, von Aktivisten der Kunst- und Kulturszene gestört und verhindert. Ich selbst war davon mehrfach betroffen. Die kulturpolitischen Sprecher der AfD-Fraktionen kamen gestern zu dem Ergebnis, dass die vielen einer klassischen Projektion aufsitzen. Was sie einer imaginierten Minderheit ankreiden, nämlich totalitär und unterdrückerisch zu agieren, das praktizieren sie als selbsternannte und selbstgerechte Mehrheit selbst. Die Freiheit der Kunst, die sie zu verteidigen vorgeben, untergraben sie durch ihr eigenes Verhalten und vertiefen dadurch die Spaltung der Gesellschaft. Welches Ensemble-Mitglied, welcher freischaffende Künstler wagt es denn noch, sich gegen den Konformitätsdruck zu erheben, den die vielen auf sie ausüben? Allen mutigen Künstlern und Kulturschaffenden, die es trotzdem tun, gilt die Solidarität der Alternative für Deutschland. Trotz alledem bleiben wir dialogbereit. Die kulturpolitischen Sprecher der AfD-Fraktionen laden alle Kulturschaffenden, die die Erklärung der vielen unterzeichnet haben, ein, mit uns in einen zivilisierten und konstruktiven Dialog zu treten. Wir tun dies in der Überzeugung, dass Kunst und Kultur so weit wie möglich frei bleiben sollen von ideologischer und politischer Einflussnahme. Eine aktivierende Kulturpolitik im Sinne einer ideologischen Gängelung der Bevölkerung lehnen wir ab. Gerade darum hat die Freiheit der Kunst für uns oberste Priorität. Wem die Freiheit der Kunst ein echtes Anliegen ist, kann den Dialog mit uns nicht verweigern. Und wenn Sie, liebe Zuseher, in einem Theater- oder Konzertprogramm die Erklärung der vielen vorfinden, lassen Sie sich den Abend trotzdem nicht verderben. Wir wissen aus zuverlässigen Quellen, dass nicht alle Musiker oder Theaterleute dies freiwillig mitmachen. Sie werden dazu gezwungen oder gar nicht erst gefragt, ob Sie mit solcher politischen Agitation in den Programmheften einverstanden sind. Mehr denn je gilt es, wachsam zu sein und die Freiheit der Kunst gegen ihre falschen Freunde zu verteidigen. Ihr Marc Jongen Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.